Es ist einfach ein totales Erlebnis, so viele tolle Menschen kennenzulernen, so viele tolle Dozenten. Es war der Hammer. Ich habe echt eine Fortbildung erlebt. Zwei Tage lang. Danke, danke. Das allerbeste war, die nehmen die Noten in die Hand und singen. Das ist der Hammer. Viel Input hier in einer super Tagungsstätte. Eins, zwei, drei. Die Nachbar kurz, wir können uns nur über die Tür konzentrieren. Freust du dich, Nina? Voll, geil, la capella. Ja, freust du dich? Damit wir uns nicht alleine fühlen, denn wir sind mehr. Und man geht so nach Hause und denkt so, wann darf ich wieder? Das ist einfach super. Ja. 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 Vielen Dank.